Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyBlog für Anfänger. Und heute werden wir uns mal der Monster Farm, also der Fake Cave, widmen. Denn da kriegen wir viele Ressourcen raus, die wir brauchen, um weiterzukommen. Und da muss ich erstmal Stein farmen. Und wir wissen alle, es ist ultra spannend, Stein zu farmen. Ne! Unser Baum ist gewachsen! Ich werd verrückt! Ich werd verrückt! Unser Baum ist gewachsen! Ich brauch ne Axt eigentlich nicht. Ich fäll den so und hoffentlich kriegen wir noch mehr Setzlinge raus. Oh, endlich! So langsam wird das Essen auch wirklich kritisch. Das Holz brauchen wir auch, damit wir Leitern machen können, um überhaupt hochzukommen zu unserer Monster Farm. Oder gut, man kann die auch runterbauen mit einem Wasseraufzug, das würde auch gehen. Aber ich baue die jetzt erstmal hoch, weil ich hab keine Lust, um mal runterklettern zu müssen zu den Monstern. So kommen die nämlich zu uns gefallen. Boah, ein Apfel wär echt was Feines. So ein Apfel, noch ein Setzling. Ich hab erst einen, aber ein Apfel. Yeah! Yeah! Noch ein Setzling! Juhu! Wir können endlich einen zweiten Baum machen. Damit das hier mal vorwärts geht. Vielleicht machen wir die einfach auf die andere Seite. Wir haben das Netherportal da, dann machen wir vielleicht da die Monster Farm hin. Wir gucken mal. So, ich geh einfach mal hier jetzt gerade so hin, nehmen uns mal Stufen, gehen einfach ein Stückchen raus, ne? So. Und vielleicht noch ein Stückchen hier rüber, weil in die Richtung geht's ja eh zu einer anderen fliegenden Insel. Dann müsst ihr nicht immer um die Monsterfalle rumrennen, sondern machen die einfach hier so hin. Wir haben eine voll lustige Höhe irgendwie. Wenn ich crouche, wird's so. Okay. Pass auf. Wir machen's jetzt so. Wir bauen hier unten erstmal an. So. Warte. Drei. So. Da könnt ihr jetzt Monster spawnen, ne? Also mal eine Fackel drauf. Weil wir wollen ja nicht, dass hier jetzt was spawnen und uns hier runter schießt. Das wäre ein bisschen Käse. Wir bauen jetzt hier neben einfach mal hoch. Und zwar bauen wir so hier dran. Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei. 23 Blöcke hoch. So. Okay. Jetzt haben wir da diese Plattform. Die umrunden wir erstmal hier oben. Ja. So. Das wird nämlich die Plattform, wo gleich unsere Monster runter und reinfallen. Also hier. Durch dieses Loch sollen die fallen. Wir haben ja noch Schildkröteneier. Man könnte das auch mit Schildkröteneiern machen. Dann würden die Monster auch viel, viel schneller hier runter reinfallen und wie auch immer. Aber das mache ich nicht, weil wir nur zwei Eier haben und ich würde gerne Schildkröten züchten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit Wasser fließt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann mir jemand mal erklären, warum die am Tag spawnen? Kann mir das mal jemand erklären am Tag? Ernsthaft? Es wird Tag und dann spawnen die? Okay. Das Wichtigste haben wir noch. Wir haben noch einen Eimer. Wir haben noch einen Eimer. Das ist wichtig. Der Eimer ist das Wichtigste. Gut, dass wir den noch haben. Am Tag? Ernsthaft? Wie mies ist das denn bitte? Es wird gerade Tag und dann spawnen die? Das ist doch mies. Ich habe mir dazwischendurch nochmal anders überlegt, dass wir hier nicht ein 2x3 Loch machen, sondern ein 2x2. Aus Geründen. Wir werden nämlich jetzt hier... Das können wir eigentlich sogar lassen. Ich nehme nur Stufen, damit wir ein bisschen Ressourcen sparen. So. Und dann gehen wir hier mal einfach zurück und machen hier ein 2er Wasserpfad. So. Wir haben 3 Blöcke. 4, 5, 6, 7 müsste eigentlich gehen. Guck mal gerade. So. Dann umranden wir das einmal. Was wir jetzt nicht müssten, aber das ist dann ein bisschen einfacher zum Bauen. So. Wir müssen gucken, ob das genau passt. Jetzt schütten wir hier mal Wasser rein. Keine Phantome. Äh. Stufen. Kiese. So. Ganzer Block. Ne. Ist eins zu wenig. Wir müssen noch einen weiter. Okay. Denn die Monster sollen genau da reingespült werden. So. 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 Wunderbar. Also 8 Blöcke. Ne? So. Optimal. Dasselbe bauen wir jetzt natürlich in alle Richtungen. Das heißt hier dann auch wieder. Eins. Zwei. Drei. So. Wie man sehen kann, habe ich jetzt alle vier Reihen fertig gemacht. Und das Wasser läuft genau so. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt Nacht. Ich hoffe, ihr habt keine Phantome bekommen. Aber wir machen noch eine Reihe drauf. So. Äh. Ne. Nur eine. Eine reicht. Mehr brauchen wir nicht. Und dann füllen wir die Ecken. Hier diese Ecken. Die füllen wir aus. Also da machen wir dann eine Plattform hin, wo Monster spawnen können. Ähm. Ernsthaft? Kommt der da? Ein Zombie. Ein Babyzombie auf dem Huhn. Hallo? Hallo? Alles gut bei dir? Kommt der hier rum? Der kommt echt hier rum, ne? Alter, macht der Aua. Tschö. Ich hätte zwar gerne die Sachen von ihm gehabt, aber alter Schwede hat der zugelangt ohne Rüstung. Holla, die Waldfee. So. Dann sind wir jetzt erstmal wieder hier oben. Ich mache mal gerade hier aus den zwei Stufen Blöcke, damit da unten nicht das Wasser immer bis in die Unendlichkeit läuft. Aber. Machen wir hier erstmal hoch noch. Und dann nehmen wir uns unseren Stack Falltüren, den ich mittlerweile habe, weil unsere Bäume wachsen ja langsam so vor sich hin. Machen wir hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dieses Loch mache ich einfach zum Schluss zu, damit ich immer hochkomme. Und machen die runter. So. Und dasselbe machen wir hier drüben natürlich auch. Das ist nämlich, weil die Monster dann denken, da wäre ein solider Block und die laufen da drüber, fallen dann ins Wasser. Das ist der einzige Sinn hinter diesen Falltüren. So. Und jetzt können wir hier das Ganze einfach mal schließen. Ne? Hier. Nehmen wir einfach Blöcke oder wir können auch Stufen nehmen an der oberen Seite. So. können wir die, die Ecken einfach schließen. Und ich nehme jetzt Stufen, damit wir ein bisschen Ressourcen sparen. Weil so schafft man ja aus einem Block zwei Kästchen, ne? Oder aus einem Block zwei Blöcke. So. Einfach zumachen hier und da und da und da auch. Und dann machen wir das Ganze zwei Blöcke hoch. Machen einen Deckel drauf. Und dann ist unsere Monster Farm eigentlich soweit fertig. So. Jetzt ist der Deckel drauf. Jetzt müssen wir hier noch den Block wegmachen gleich, ne? So. Wir haben auch schon Höhlen-Sound. Jetzt haben wir die Fake Cave. Einmal die Fackeln hier weg, damit hier auch was spawnen kann. Weil hier wird es ja jetzt immer dunkel drin sein. Das wird jetzt gleich auch ein bisschen gefährlich, glaube ich. So. Und hier nochmal. Weg damit. Weg damit. Und jetzt müssen wir hier noch, ähm... Einmal an die Leiter. So. Und dann müssen wir hier noch... Oh Gott, das war fast... Oh mein Gott. Das hat mich mal nach außen gedrückt. Das war ein bisschen doof. Und noch zumachen. So. Dann können wir die Leiter erstmal lassen. Jetzt müssen wir nur noch hier das Ding er... Also das hier, ne? Diese... Sollen wir mal gucken. Wo ist diese 2x2-Plattform? Die ist genau hier dran. Das heißt, hier... Das hat nichts mit der Plattform zu tun. Das können wir dann eigentlich schon zumachen. So. Das müssen wir gerade gucken. Hoffentlich fällt mir jetzt nichts auf den Kopf. Das wäre nicht so geil. So. Hier noch rum. Und hier rum. Und da würden wir nämlich hier... Einfach... Oder wir machen das... Da kommt schon was. Hallo. Was ist denn los hier? Aua. Rauf. Das ist schon gefährlich. Wir sollten das bei Tag machen. Da wird es wieder Tag. Und wir halten fest. Ihr solltet das oben ausgeleuchtet lassen. Bis ihr den Safe Room hier unten fertig habt. Weil da jetzt ran zu kommen, das wird echt Käse. Ich lasse mal alles hier drin. Ja. Bis auf ein Schwert, maybe. Äh. Äh. Ja. Äh. Ja. Gut. Die Zombies brennen hier ab. Aber das da hinten nicht. Weil das ist im Schatten von der Monsterfalle. Tschö, Creeper. Hallo. Äh. Das wird jetzt echt richtig mies. Aha. Das sind nämlich viele Skelette. Und das ist richtig Käse. Jop. Hab ich mir gedacht. Kommen die jetzt alle her? Haha. Warte, Schlange. Jop. Haha. Jop. Müssen wir uns hier echt vorsichtig vorbauen, ne? Ich hol mir grad die Spitzhacke. So. Die Röhre ist zu. Und wir haben jetzt hier unten einfach so ein anderthalb großes Loch. Ne? Die können uns alle nicht sehen. Aber wir können uns hier rein crouchen. Danke. Okay. So, läuft. Level 10. Level 10. Goldrüstung. Und wir können das einfach. Wenn's nach hinten fällt, ist das natürlich so ein bisschen doof. Aber wir können uns das ninjern, indem wir halt drum herum gehen, ne? Wir können nämlich diese Reihe hier unten. Können wir nämlich rundherum einfach weg machen. Weil die sehen uns ja ohnehin nicht. Jetzt kann ich grad keine Stufen machen, ne? Egal. Ich hab schon mal ne Goldrüstung. Und dann kommen wir hier drüben halt auch dran, ne? Wow! Warum? Okay. Ich hab aber das Problem gefunden. Ich hab hier unten noch ne Stufe drauf gemacht. Weil wenn wir rein crouchen, die Creeper sind ein bisschen kleiner. Da können die Creeper auf dem hinteren Block uns sehen. Und dann fliegen die in die Luft. Also, hier darf wirklich nur eine Stufe Platz sein. Danke. Danke. So, funktioniert. Und jetzt können wir hier rumgehen, das einfach einsammeln. Und immer draufhauen. Und wir brauchen im Normalfall nur einen Schlag, wenn die nicht grad voll mit Goldrüstung sind oder sonstiges. Die muss noch ein Block hin, damit ich da nicht hochkomme. So. Danke. Karotte. Nice. Ach, guck mal. Baby-Zombie. Ja, die sehen uns. Aber die kommen nicht raus. Von daher kann uns das egal sein. Ja, das Ganze funktioniert. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, kannst du es gerne liken. Wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden. Und von meiner Seite heißt es nur, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Skyblog. Für Anfänger, ich bin raus. Ciao. Mit V.